So, hier haben wir die Klaudia und die erklärt uns jetzt hier, was wir in der Bodega machen. Wir sind hier in unserer wunderschönen Bodega, wo wir gerne Weinverkostung oder Schereverkostung abhalten. Oder auch, wie man jetzt sieht, einen schönen, typischen, spanischen Sektempfang abhalten kann. Wenn man sozusagen ein Event macht, kann man hier einen Sektempfang machen. Superschön, ganz toll. Sehr tolle Location. Ja, ganz nette Kellner. Und hier heraßen... Vielen Dank.